Die Gemeinderatswahl Grüße, ihr wisst, dass am 26. Jänner die Gemeinderatswahl stattfindet. Da könnt ihr darüber entscheiden, ob der Weg der letzten 5 Jahre weitergegangen werden soll. Gemeinsam haben wir sehr viel erreicht und ich und mein Team der ÖVP haben auch für die kommenden Jahre viel vor. Ganz nach dem Motto, gestalten, nicht verwalten. Dafür bitten wir um ihre Stimme. Danke! Bis zum nächsten Mal. Kommen Sie zur Wahl und unterstützen Sie uns mit Ihrer Stimme. Untertitelung des ZDF, 2020